Wer von euch zwei ist Eitler? Hm, interessant. Und warum? Ich habe es schon ein paar Mal erklärt. Das ist ganz klar verkündet. Ich würde gerne Fussballspieler, also somit ist er Eitel. Wer tanzt besser? Klarer Fall. Ja, ich habe schon einen richtigen Hüftschwung. Das stimmt. Und ich bin auch der Bar. Ich brauche es auch. Wer hat mehr Stil in Sachen Mode? Ja, wahrscheinlich. Du bist auch ein Modeberater. Eben, genau. Du hast ein Modehaus in denen, das dich beratet. Ja, jetzt bist du. Ja, wahrscheinlich. Wer guastelt mehr? Ja, ich brauche es auch. Eine schnelle Entscheidung. Ja, der, der Blödsinn erzählt oder irgendetwas. Ich brauche es nur den ganzen Tag. Ja, morgen früh auch schon. Ich bin gerne mal ruhig am Morgen. Ich brauche es, der redet immer. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Wer hat der schönere Dialekt? Unentschieden in diesem Fall. Ja, es ist ja Patriotismus. Der ist halt schon eitel. Der ist ja auch schon der schönste. Geht halt einfach immer noch länger. Aber irgendwann haben sie es dann auch gesagt. Es ist halt so. Wer schlägt mehr Süßes? Ah, jetzt kommt es aus. Das sieht man ja. Und du bist nicht einfach so zielgefrisst. Nein. Wer wird am Schluss vom Leben mehr Medaillen haben? Ja, er hat schon mehr und er ist noch viel jünger. Ja, Medaillen hast du ja und ich habe ihn. Ja, das ist schon ein paar. Ja. Gut, die vielleicht, ja. Aber auch dann ist es noch länger schass als ich. Ja, es ist bis ich. Ich bin ja nicht mehr so jung. Stimmt, er ist ja drei Jahre alt. Er hat nicht so viele Chancen. Du kannst noch zehn Jahre fahren. Ich bin ja auch vielleicht noch ein paar. Wer wird zuerst heiraten? Ach. Ja, das ist ja logisch. Ja, das muss ja fast. Ja, der muss jetzt. Du bist noch nicht so weit. Du tikt. Tiktap. Du bist zwar älter. Ja, ich bin älter, aber du bist ja schon zehn Jahre zusammen. Bis ich mal zehn Jahre zusammen bin. Eben ja. Aber es kann ja auch schon schnell gehen. Achtung, Frauen. Das ist vielleicht doch so. Wer friert auf der Piste zuerst? So. So. Ja. Das ist schon der Klug. Ja, der friert immer. Ich fahre auch gerne mal mit Halsduch in den Trainings. Halsduch habe ich auch immer. Eitel und so. Halsduch. Das ist eigentlich nur er und drinnen. Interessant. Wer vertreibt mehr Alkohol? Oh, das geht aber lang. Ich trinke ja keinen, darum. Weiss ich es nicht. Du bist ja der, der Talgut in Biotamorbarholt. Ja, genau. Und ich trinke Alkohol, darum. Das stimmt nicht, aber er mag nicht so viel verleiden. Er wäre ja Fussballspieler. Ich bin der älteste, der älteste Skifahrer, der im Swiss-Ski-Kader ist. Scheisse. Das kann man gut erwerben. Ja. Ich fühle mich noch jung. Das ist natürlich kein Problem damit. Der älteste ist gleich. Wer hat am Morgen früh mehr Energie? Beide also keinen Morgenmenschen. Nein, du schnurrst ja am Morgen an. Ja, aber da habe ich nicht Energie. Ich möchte am Morgen an. Ich nehme es auch nicht. Katastrophe. Ja. Man muss nicht gewährleisten. Darum sind wir abgefahren. Genau. Wer ist am Morgen am längsten im Bad? Wahrscheinlich ich. Wobei, ich kann auch nicht lang. Ich habe Sonnencreme drauf. Augentropfen muss ich jetzt noch nicht. Aha. Das ist halt mit dem Alter. Man hat ein bisschen länger. Du siehst, es ist nur das, das geht ja. Er hat definitiv länger. Wer hangt mehr am Handy? Ja. Jetzt kommt es aus. Ja, wenn das Handy tut, dann ist nicht das iPad zu füllen. Ja, gebe ich recht. Das ist nicht gut. Das ist ein Fehler. Was machst du denn? Spielen. Was für ein Spiel? Blödsinn. Dummi spiele ich. Danke, euch zwei. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss zusammen.